Oh, und wieder willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Primo Sinterpares. Da ist er. Welche Leute? Sinn? Ja, Sinn und beim Brüseling und so weiter. Vier gegen vier kenne ich alle. Sind das die? Sind die von vier gegen vier? Ne, die kenne ich deswegen nicht. Ach so. Ganz komisch. So, ich habe Schweinchen. Schweinchen sind gut. Inflatorator ist nice. Das könnte eigentlich fit gehen, würde ich hier haben. Ja, das geht fit. Nehme ich Lioness mit? Eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht. Ah, eine Tier 1 kann man mitnehmen, ne? Ja. Ein bisschen Magic-Damage. Könnte jetzt viel sein. Machen wir ehrenlos durchstellen. Ach, wenn du auch Antler gehst, dann gehe ich nicht auch Antler. Ich habe halt nicht so viel, was ich sonst gehen könnte. Und ich könnte einen Wallschwimm-Start machen, aber den mag ich gar nicht. Dann verkecke ich irgendwie immer mit. Ich habe noch nie einen guten Wallschwimm-Start hinbekommen. Dann starte ich mit Sandbatcher. Ich habe auch das Gefühl, Wallschwimm-Leiden halt richtig, wenn Leute darauf saven. Das stimmt. Wenn die halt einen richtig dicken Sand kriegen, sind die ja gar nicht mal so gut. Dann können die halt die Regeneration nicht so gut ausnutzen. Ne, allein schon, wenn irgendwie zwei Lizards kommen. Ja, gut. Wenn die denselben angreifen, ja. Aber ich glaube, im Split sind die trotzdem ziemlich stark. Muss man halt erst mal gucken, wie man das macht. So, auf Sinn. Ich schicke mal nicht, dann kann... 20er Cent? Kriege ich die Snell? Ne, Upgrades, okay. APS und ein Gargoyle. Ich hätte einen APS-Start gegangen mit 190 Start-Dingens. Das ist sehr sicher. Ja, dann kriegt er aber nächste Runde auf der Fresse, weil er jetzt einen Worker gehen will. Hätte ich mal die 20 Millionen zurückbehalten, hätte ich jetzt eine Dragon Turtle schicken können gleich. Naja. Auf den Butcher? Ja. Ah, Dragon Turtle auf 3 müsste ihn auch lieben, wenn er dumm ist. Ich schicke einfach Double Snails, müsste ihn auch zum Lieben lieben. Dragon Turtle auf 3 sollte ich dann ja sogar vom Income schaffen. Das ist ja ein 10. Das ist ja komplett... Bastet. Boosted? Boosted bist du. Das ist actually boosted hier, ne? Guck mal, der Gelbe ist genauso gut wie du. Wie viel verliere ich dann? Du, wir. Das ist ja richtig schmerzhaft, muss ich sagen. Da habe ich ja gar nicht mal so große Lust zu verlieren. Das lohnt sich ja schon richtig hier zu verlieren. Das ist ja schon ordentlich. So, kann ich einen Worker gehen? Tatsächlich. Verlieren wir hier schon gar nicht mal so lecker, ne? Ah doch. Wunderprächtig wäre das. Er ist in Neko gegangen, lol. Oh, du fuck. Mit APS-Buff. Könnte das nicht nie werden? Und hat er den anderen verkauft, oder was? Hat er den Gargoyle? Ne, ne, hat er auch noch stehen. Ne, das hält er. APS too strong. APS Clearspeed. Ja. Jetzt muss ich nochmal eine Snail schicken, sonst schaffe ich mal einen... Oh, ich glaube, ich schaffe gar nicht die Dragon Turtle vom Income. Der ist einfach zu schnell mit der APS. APS, Alter, Clearspeed. Insane! Schwierig. Und geschickt haben sie ja leider auch noch nicht. Doch, die erste Wave. Ja, aber ich meine, jetzt kommt halt nochmal eine 40er, also komm, ich warte das jetzt nochmal ab. Ja, macht das. Ich denke, ich denke mal, die gehen auf 4. Aber bei dir könnten sie jetzt gehen. Ja, eben. Oh, der lag in dir. Der lag ist stark in dir. Oh, ich kann nochmal ein Worker gehen, vielen Dank. Lag 1. Boah! Ist dein Bruder aufgewacht. Ich höre dich nicht mehr. RIP. Nee, nee, das ist, ähm... Oh, sehr geil. Jo, schreib mal, was du sagen wolltest. Du lagst bei mir komplett. Ja, ah, jetzt höre ich dich wieder. Ich habe dich eben gar nicht mehr gehört, da war nur noch Verzerrung, Roboterstimme. Loll. Ähm, 4 klingt eigentlich nice gegen Neko, ne? Obwohl, ich gehe eigentlich, glaube ich, lieber gegen 5 dann. Ja, wenn der Nummer 2 Gold gibt, dann... Ja, easy, schaffe ich nochmal einen Infiltrator. Habe ich ihn schön weggeleagd. Alter, hast du einen nice gemacht. So. From the shadows. From the shadows. So, jetzt dürfte er auch mal schicken. Der liegt dich jetzt komplett direkt auf 5 mit dem Drachen. Und ich bin komplett ripped. Na. Was ist denn das für ein Power-Score? Gelb schickt auf mich. Gelb ist Sinn. Sinn hat gerade... Ne, der hat nichts. Ne, sollte er auch nicht. 80. Ja, ist ja nichts. Ja. Das wäre, dass ich halt so overvalued bin, sollte er halt eigentlich gehen. Vor allem der Entlass halt noch so stark auf den Waves. Ja, vor allem er kriegt jetzt den Dino, dann liegt er 5 richtig hart. Schöner Dino zum Mitnehmen, bitte. Dino-Rino? Dino-Rino. Dino. So, der Dino so. So wie die Power Rangers mit ihren Dinos. Go, go, Power Rangers. Hier, das sind die Power Rangers. Oh, ja. Ich geh jetzt tatsächlich in Ranger auf der Wave. Da sind das auch die Dino-Rangers. Die waren ja richtig cool. Es gab ja verschiedene Staffeln von Power Rangers. Oh, ich mochte die... Oh, wie hießen sie? Äh, äh, die, die... Ne, nicht die Dino-Ranger? Oh, was? Wo die... Ne, die haben sich immer zu so einem Riesen-Roboter verbunden, ne? Ja. Die hatten immer Riesen-Roboter. Aber verschiedene Arten halt. Hm. Später gab's da auch noch einfach Tiger und solche Sachen. Tiger. Tiger. Die Animation war von meinem richtig dumm. Nein, die war... Die war... Delicious. Also, er liebt. Ist halt die Frage, wann er den Dino-Fokus... So. Er geht halt als kann ich nicht auf den Dino... Oh, nein. Oh, ich schaffe noch einen Dino. Hehehe. Schön, er liebt trotzdem 47%. Dino in dein Gesicht, Alter. Get Dino'd. Get Dino'd. So, wie viel Gold gibt denn so ein Dino? Ordentlich. Vor allem, er zählt ein Dino als Boss-Unit? Ich glaube nicht, ne? Ne. Nicht so. Nicht so ein Boss, meinst du? Sechs Gold hatte ich mir hingegeben. Naja. Das ist fein. Ja, ich denke doch. Ich hoffe doch. So. Also, der Double... Der Dino Resent schmeckt ihm? Bestimmt. Wer schmeckt den... Wem schmeckt denn der Dino Resent nicht? Na, echt so. Das habe ich ja nie gehört. Absurd. Absurd. Oh, habe ich sie eingeholt. Jetzt schicken sie auch nicht durch. Jetzt haben wir sie erzogen. Jetzt, so macht man es. Oh, er ist noch eine Neko gegangen. Die hat hier drei Stacks hingegen. Mein Dino ist down. Repeat Dino down. Repeat Dino down. Also, Neko rasiert noch nicht die. Ja, aber die macht halt viel zu viel Schaden auf der Wave. Der hält aus so'n Scheiß. Ehrenlos. Hält er das? Er hält das auch. Oh mein Gott. Ich glaube, dass der eine jetzt nicht down gegangen ist. Wobei, da sind zwei, ne? Da sind noch zwei. What the fuck? Oh, easy. Die waren so ineinander. Alter, er hat richtig viel Value gehen müssen gerade. Er ist allgemein dumm, einfach Daphne und Ranger zu stacken. Also, ich meine, damit hat er zehn auf jeden Fall sicher. Und ehrlich, das ist jetzt auch nochmal durch. Geil. Oh, ich habe jetzt 80er. Ich möchte ihn nicht schicken, weil er ist so ein Three für ihn. Ich gehe King-Upgrades. Oh, ne Daphne. Let's go. Er riechtisch lecker. Riechtisch lecker. Ähm. Ja, so. Noch ein bisschen Upgrade. 700, ja, muss man nicht unbedingt einhalten, ne? Je, das ist ja auch alles eher so ein Richtwert. Genau. Aber ich vertraue den Klingchen nicht mit ihrer Natural Armor auf der Wave. Wieso nicht? Plus, ein Lizard gibt zwölf. 295. Oh, ich schaffe ein Boa. Das ist ja geil. Natural Armor verkauft einen irgendwie so oft gegen magischen Schaden. Ja. Hat dein Bruder verkauft, Alter. Oh, ich leake. Liege ich? Oh, sieben ist so dumm stark, ne? Ich verstehe es halt nicht. Vor allem die Daphne machen halt so gar nichts gefühlt, ne? Also, nur Hate. Aber die sind halt geil. Der, der baut nur Daphne. Daphne, okay, Alter. Ich habe ja schon das Gefühl, eine Daphne ist irgendwie negativ value, die man hat, ne? Die One-Shotten halt nicht mal die Mini-Sludges. Nee. Das soll ein Damage-Carry sein? What the ffff? Ja, klar. Aber halt primär gegen Bosse. Wollen Sie descend auf Wave 12? Äh, lass mal auf 9 salven. Lass mal auf 9 salven. Okay. Müssten ja eigentlich einen 200er-Send surfen. Könnte dann Game sein. Na ja, diese Twilight-Mentality, die habe ich ja noch gar nicht drauf. Bin ich noch gar nicht so richtig drin. Nee. Nee. Verstehe ich nicht. Ah, verstehe ich nicht. Du hast so lange kein Wank mehr gespielt. Ähm. Ja. Ja, gut. Meine Aqua-Kombo ist natürlich richtig hard-useless auf Wave 9, ne? Da muss ich irgendwas dazu bauen. Quatsch. Die Carried. Ich leag ein bisschen. Ja, wunderbar. Also ich sollte leagen. Hoffe ich. Dann hoffe ich schneller noch den Hermit. Ansonsten könnte das R echt noch. Ja, das leag ich. Nice. Ein Zen. Ja, ich bin jetzt ja mal gespannt, wie viel seine Daphne und so. Was soll er gleich machen? Auf Wave 9? Ja, noch ein Berserker dazu. Swift Armor. Is the way to go. Ich leag nicht scheiße, aber ich glaube deiner liegt. Nee, doch nicht. Nee, die Wave sollte er haben. Wenn er die liegen würde, wäre das sehr traurig. Scheiße, wir sind zu schnell. Was gehst du denn auf so viel Value? Ich wollte eigentlich einen Urga schicken, aber jetzt schaffe ich halt nicht mal die Mimic vom Income. Plätze ich mal so ein bisschen Zeit. Ich schaffe mal zwei Platz. Oh, ich schicke die Mimic. Die passiert die Kätzchen weg. Aber jetzt gehe ich hier richtig tryhard finden, so ein Aura-Send, ne? Das fühlt mich schon ein bisschen schlecht. Ach, Quatsch. Vorbei, wenn ich so schaue, wie viel Elo ich verliere, wenn ich das verliere. Eigentlich möchte ich das dann doch nicht riskieren. Dann geht's eigentlich doch wieder. Ja. Und nochmal schön Work Again. 10 bin ich safe. Die sind King-Upgrades gegangen. Mimic wird nicht gefokust, weil sie zu viel Leben hat. Das ist, der Fokus stimmt halt manchmal nicht, ne? Ist halt ein Competitive Strategiespiel, ne? Ja. Ja, man, da liegt deftig. Die Mimic wird gefokust. Genau. Yesy. Aber da liegt sie trotzdem. Fäck, entschuldigung. Und da liegt sie sogar noch härter als meiner. Ja, die 7% mehr waren, weil die Mimic... Ja, das können wir dann finishen, ne? Ich meine, auf 10 brauche ich jetzt nicht gegen ihn schicken. Da sind die Ranger-Länder vielleicht doch ein bisschen usefuler. Ich weiß halt nicht mal, ob ich gerade überhaupt noch Valium müsste. Alter, der King einfach Leben verliert. Ja. Erstmal richtig viel Kohle. Ohne Kohle? Kohle, Kohle, Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Ja, trippelt eine, sollte ja reichen mal. Ja. Guardian, Angel, Hero, Savior. Die werden Savior gehen. Ja. Und dann ist es eh vorbei. Was sollen sie? Sie sind derzeit schon so behind. Ja. Wobei ich gerade auch ziemlich überinten bin. Ja gut. Ah, du hast Daphne. Das ist ne Daphne, die cleart die Wrave alleine. Oh, der Hermit! Ehrenlos! Ehrenmann, meinst du? Ehrenmann. Äh, schicke ich Dinos oder geh ich in Ghost Knight? Ich glaube, ich geh in Ghost Knight. Zählt Ghost Knight als Boss Unit? Ich glaube schon, ne? Ne, ne, nur der Kraken zählt als Boss Unit. Eigentlich nur der Kraken, wirklich. GK wäre nämlich ziemlich unfair gegen ihn. Aber wir halten alle für zu schnell. Ich will das Income. Guardian, Angel. Auf wen? Auf wen und warum? Ja. Oder ich geh noch ein Schweinchen und geb ihm Hero. I need a Hero! Hero. Ich verkaufe ein Polywar, geh noch zwei Worker. Ja. Mehr Bienchen. Bienchen. Oh, mehr Bienchen braucht die Welt. Alles andere ist eh unnütz. Ja. Triplus Dinos. So. Und noch eine Snail, weil's lustig ist. Lustig. Lustig. Lustiges Snail, ja. So, kriegen die Daphnen den Dino tot? Das ist die große Frage. Also die Dinos. Oh. Er hat Nightmare dazu gebaut. Oh, oh. Er hat nur euch die gesetzt. Der Nightmare ist natürlich stark. Und ein Headshot. Der Headshot hat lange getankt. Alter. Aber es sieht ganz schön nach Game aus. Ja, doch ein bisschen. Schreiben wir schon mal Toxic GG? Nein. Wir sind Ehrenmänner. Wir schreiben es erst, wenn der King tot ist. Dann kann man nicht mehr schreiben, ne? Doch, doch. Wenn du davor schon auf Enter gedrückt hast, schon. Ich bin jetzt nicht Toxic. Ich kann die Schönen laut die Leertaste drücken. Ja, nein. G, G, W, P. Naja, ich bin jetzt nicht Toxic. Immer wenn ich mit dir zusammenspiele, habe ich das Bedürfnis, Toxic zu sein. Warum habe ich die Musik nicht angemacht? Ich bin so ein Idiot. Sag mir jetzt bitte, dass die Aufnahme läuft. Das wäre sonst. Ja, Gott sei Dank. Ah. So, bitte. Die 5 Elo habe ich dir gern geholt. 7. Mikrofon aktiviert. Vielen Dank dafür. Und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Es tut mir ein bisschen leid.